Ja, letzter Tag von den Nordica Xtreme Days und wir sind am Rändelklettersteig. Heute haben wir wieder einen super Tag zum Abschluss. Schnee ist auch sehr gut. Ja, ich glaube jeder ist super happy mit dieser schönen alpinen Tour. Heute nicht so viel Skifahren, ein bisschen Klettern. Ich glaube jeder ist 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 ein bisschen Klettern. Musik Geil ist wie der Klettersteig, glaube ich, dann war das ein würdiger Abschlusstag in St. Anton. Klettern macht auch im Winter Spaß, sieht man. Und hoffen wir, dass der Schnee fürs Abfahrt auch noch passt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020